Ich habe immer Angst, dass da irgendwas rausfällt. Move! Was fehlt mir hier? Was ist, wenn ich? Okay. Shit. Gut. Ich würde nochmal hier schauen. Da ist eine Tür, ne? Ah, nicht, dass da jetzt irgendwas rauskommt. Und mich mit den Kisten erschrecken soll. Das ist echt uncool. So, Lee, was? Das Blöde ist, ich weiß nicht, ob ich das T-Ventilgriff jetzt noch gebrauchen kann. Wir sind nämlich nicht mehr in der Kanalisation. Und dieser Schlüssel hier auch. Das kotzt mich ein bisschen an gerade. Weil ich die Sachen gefunden habe und nicht mehr eingesetzt habe. Ich pack das aber erstmal weg, weil ich weiß halt nicht. Was? G-Virus ist in der West-Area. Hat's jetzt nicht abgespielt? Okay, scheiße. Z-Person bewegt sich zum Westbereich. Versucht wohl das G-Virus und das Antivirus zu holen. Hier Ghost. Verstanden. Rendezvous am Punkt W-3. Roger. Hier Alpha. Zielgebiet erreicht. Verstanden. Warte auf Zielperson. Hier Alpha Sichtkontakt mit Zielperson. Er wird den Safe öffnen. Roger. Erwart ein Signal. G-Virus gesichert. Wir gehen rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit uns. Dann ist es vorbei. Bist du eigentlich nur sonst noch wach außer Sven oder mir? Hoitja hatte gerade noch geschrieben. Also ihr drei anscheinend. Also die, die ich jetzt lese. Die anderen sind eher entweder schlafen oder... im Lurk-Modus. Da komme ich noch gar nicht rein. Und Dark ist auch noch da, genau. Stimmt ja. Dark, du lebst. Gut, das gibt nur diesen einen Weg. Alles klar. Ich hatte heute Albträume bekommen. Ganz sicher. Kennt ihr das, wenn ihr eine Sache die ganze Zeit macht? Zum Beispiel, ihr guckt, äh, weiß ich nicht, jetzt... Game of Thrones, die ganzen vier Staffeln oder so, ohne Pause. Dass ihr denn davon träumt? Also wenn ihr eine Sache ganz lange macht. Ich glaube, bei mir ist das jetzt hier mit Resident Evil, lasse ich davon... Dass ich davon träumen werde. Weil das sich richtig in meinem Kopf jetzt eingebrannt hat. In meinem Unterbewusstsein auch. Und... RIP. Musst du noch Licker verpacken? Ah, sehr gut. Schick die aber nicht zu mir oder so. Mein Spiel hängt schon wieder. Mein PC möchte heute nicht mehr. Oh nein. Oh. Alle am Pennen? Ja, kann passieren. Ja. Ich würde nur wissen, ob ihr das kennt. Das ist bei mir leider... Manchmal ist das nicht gut. Spaß. Ich schick dir lieber zu mir. Ja, das ist gut. Da gehören sie auch hin. Kannst die alle haben. Ich schick dir lieber zu mir. Du willst nicht wissen, was ich für komisches Zeugs träume. Träume können echt merkwürdig sein. Manchmal geben sie überhaupt keinen Sinn. Oder... Meistens. Wie lange machst du noch Liz? Ich weiß nicht. Ich weiß... Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann nicht aufhören. Ah, ich habe noch ein Messer zu viel. Also, ich packe dann mal das hier weg. So. Bis du durch bist. Also durch. Nein. Kann ich aufhören? Ich muss jetzt nochmal speichern. Ich habe schon sehr, sehr viel gespeichert. Seht ihr? Geht auf die 100 zu. Ich schaue es mir gleich an. Nicht, dass jetzt was passiert. Oh Gott. Das brauche ich. Und ich möchte da nicht rein. Das wird ein Spaß da drin. Das... Das wird ein Spaß. Hm. Hm. Ja, der Spaß fängt ja jetzt schon an. Oh Gott. Ihhh. Was ist zur Hölle? Du Bastard? Was wäre denn? Was wäre denn? Ich müsste in die Eier schießen. Also. Das wird so ein Muni... Oh mein Gott. Die schlimmste Munitionsverschwendung ever ist das hier. Und Hakel, ich kann dich jetzt echt verstehen. Dass du keine Munition mehr hast. Das ist hier eine Katastrophe. Ich kann dich nicht mehr erinnern. Und ich muss dich nicht mehr donnern. Okay. Let's go. Ich weiß nicht mehr. Das war, glaube ich, nicht der Grund. Nicht? Okay. War das jetzt eine gute Sache oder eine schlechte? Verteilerkartoschen? Leer. Cool. Ruby? Was? Wo ist Ruby? Was? Tentakel fängt an zu halluzionieren. Oh nein. Habe ich immer verstanden? Achso. Lol. Ich glaube, das ist die bessere Lösung. Das fällt mir jetzt erst auf. Weil der Schaden verteilt sich dann flächenmäßig und ich habe jetzt da eins drauf geballert. Das war so doof. Ich glaube, das merke ich mir nicht. Ich fühle, dass mein Hirn nicht mehr... So. So. Oh ja, leide. Leide. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ich bin voll verwirrt. Ich muss hier wahrscheinlich diese Lösung herstellen. Der sieht mutiert aus. Cool. Steht ja noch auf. Bitte bleibt da einfach liegen. Danke. Hier kann ich noch was lesen. Unkrautvernichter. Unkrautvernichter. Synthese für Gewächs 43. Leere Kartusche in Lösungsausgeber platzieren. Erforderliche Menge UMW Nummer 21 P bla 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 einführen. Umgehend kühlen. Gewächs 43 zeigt beeindruckendes Wachstum. Sollte etwas Unerfreuliches geschehen, wäre es schwer zu kontrollieren. Im Fall eines unvorhergesehenen Vorfalls sollte nach den oben stehenden Anweisungen ein Unkrautvernichter hergestellt werden, um den Staden möglichst gering zu halten. Okay, da komme ich jetzt aber nicht ran. Entweder fließt da kein Strom durch, oder... So, ähm... Das. Das. Da. Das, glaube ich. Und dann das nochmal. Okay. Hallo, Patsi. Ne, der Bot ist jetzt sowieso aus, weil mein PC gerade mitten im Stream abgestürzt ist gerade. An einer bestimmten Stelle. Ich habe den Bot jetzt eh nicht mehr angemacht. Kann ich die so oft töten, wie ich möchte? Ein bisschen danach aus. Tschüss. Der Wächst 43 hieß die Pflanze in Resee 1, glaube ich. Was habe ich... Hast du es mitbekommen? Ja, Slider. Mein PC hatte keinen Bock mehr. Ob der wird seit 8 Stunden oder 8 oder 9 Stunden... Musst du das aushalten? So. So. Kann es sein, dass Resident Evil 2 das Spiel dauert als Resident... Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch erstmal mit, äh... Der Durchlauf mit Leon. Mit Claire muss ich das auch noch machen. Ja. Ja. Oh ja. Finde ich auch richtig gut. Wo ich mich hier gerade befinde, finde ich jetzt nicht so cool. Das ist einfach zu ruhig. Strom. Die haben sich um Gummibärchen gekloppt und sich dann gegenseitig umgebracht. Der Automat ist leer. Wer hat gewonnen? Wer hat die ganzen Gummibärchen jetzt? Denjenigen muss ich töten. Die Soundkulisse ist aber auch so richtig geil. Wo ist das Schwein? Wer hat meine Gummibärchen jetzt geklaut? Trophäe. Was soll ich denn jetzt damit? Okay, warte. Erstmal kombinieren wir das hier. Dann habe ich wieder Platz und kann die Trophäe... Ne. Muss ich die Trophäe mitnehmen oder kann ich das aufschreiben? Das ist jetzt die Frage. Wie kann das sein, dass der ganze Automat leer ist? Was soll die Scheiße? Murph. Kann hier nichts machen, oder? Granate reinstecken. Geht nicht. Schade. Kannst du, glaube ich, aufschreiben. Mach ich, weil ich habe sowieso keinen Platz mehr. Mach ich gleich. Wenn ich irgendwas ganz Wichtiges hier finde, was ich mitnehmen muss... Dann, ja. Okay, Schroti. Natürlich. Steht die alle auf. Ich wollte die Munition nicht verschwinden. Ich wollte die Munition nicht verschwinden. Schaueilchen nicht öffnen. Das waren die Licker. Die haben eindeutig die Gummibären jetzt aufgefressen. Diese Säcke. Chocolate 5. Moji. Intest. Kultur 3. Lass mich! Nein! Habe ich noch irgendwas zum Heilen? Du Sack, ey! Was mischst du dich denn jetzt ein? Wie cool ist das?